Und ich habe hier einen Würfel und suche den Winkel Alpha. Der Winkel Alpha ist hier drin. A Würfel bedeutet, dass die Seitenlängen alle gleich groß sind. Ich kenne die nicht, die können 17 sein oder irgendwas. Ich nenne die jetzt mal A. Und um den Winkel Alpha zu berechnen, schaue ich mir das graue Dreieck genauer an, weil da steckt der Winkel Alpha drin. Und man sollte sehen, dass hier ein 90 Grad Winkel ist. Und um das besser zu verstehen, zeichne ich das graue Dreieck nochmal daneben hin. Das ist nur eine Skizze, also die Größe interessiert mich hier gar nicht. Das soll das graue Dreieck sein. Und dann habe ich eben hier den rechten Winkel, hier das Alpha und da A. Und mein Problem ist, das kenne ich nicht. Ich nenne das D, weil es die Diagonale ist. Um D rauszufinden, schaue ich mir das gelbe Dreieck an. Ja, Mathematiker lieben Dreiecke, vor allem wenn sie einen rechten Winkel haben, dann lässt sich nämlich viel rausfinden. Das gelbe Dreieck wird wieder daneben gemalt, um es besser zu verstehen. Die Größe ist völlig egal. Hier ist ein A, hier ist ein A. Es passt so ungefähr. Gut, und hier ist die Diagonale D. Und ein rechter Winkel. Und da kann ich den Pythagoras anwenden. D Quadrat gleich A Quadrat plus A Quadrat. D Quadrat ist dann 2A Quadrat. Ja, das eine plus das andere gibt dann zweimal. Und wenn ich die Wurzel ziehe, dann habe ich D ist Wurzel aus 2A Quadrat. Wurzel aus A Quadrat ist A. Und Wurzel aus 2 bleibt. Also Wurzel 2 mal A. Und jetzt kenne ich mein D. Das kann ich jetzt hier hinschreiben. Ist Wurzel 2 A. Oder auch hier. Ist Wurzel 2 A. Genau. Und dieses, ich mache es mal daneben. Also jetzt kenne ich hier einiges. So. Ich suche einen Winkel. Ich habe zwei Seiten. Und die Seite ist, weil die gegenüber liegt, die Hypotenuse. Ja, die kenne ich nicht. Und gegenüber von dem Alpha, das ist die Gegenkathete. Gegen, so. Gegenkathete. Und anliegend ist die Ankathete. Und dann muss man wissen, dass das der Tangens ist Tangens Alpha gleich Gegenkathete durch Ankathete. So. Das heißt, Tangens Alpha ist gleich Wurzel 2 A. Wurzel 2 A durch A. Und an der Stelle kürzt sich das A raus. Also egal, welchen Würfel ich habe, der Winkel ist immer der gleiche. Und das ist ja auch logisch, weil die Form immer die gleiche ist. Alle Würfel sind zueinander ähnlich. Ich habe also jetzt hier, das ist also Wurzel 2 durch 1. Das ist Wurzel aus 2. Und jetzt muss ich, um Alpha zu berechnen, muss ich noch in Taschenrechner Tangens hoch minus 1 von Wurzel 2 eintippen. Und das ist ungefähr, ich glaube, 54,7 tippe ich es nochmal ein. Shift Tangens Wurzel 2. Klammer 2 ist gleich. Ja, es war ungefähr, also gerundet. Gerundet. 4,7 Grad Ergebnis. Und die Aufgabe ist gelöst.